Die Vorbereitung war einfach super. Nein, wirklich. Also die Vorbereitung ist sehr vielseitig. Es ist natürlich sehr viel Vorbereitung und ich war auch erst total schockiert, dass es so viel Vorbereitung ist. Aber im Endeffekt habe ich gedacht, das ist schon gut. Also man weiß auf jeden Fall, mit welchen Problemen man wie umgehen muss, auch im Einsatz nachher. Wir haben uns mit uns selber beschäftigt, mit unserer Beziehung zu Gott, mit der Situation, die wir an unserem Einsatzort vorfinden werden und es hat sehr gut getan.